ja ja Leute was geht ab der Polen am Start herzlich willkommen zu einer Runde Hero auf Baiskel Epic du kommst wieder so wie letztens was haben wir da gemacht wir sind außenland gegangen links ja und dann wurden wir von den Gegnern genutzt nein also erst mal warten bis hier die monsters von ok ich bin tot was ist er hinten bei uns aus bohren du hast weil er läuft da entlang der läuft Prozent in der Mitte entlang hin und her ich versuche mir zu gönnen warte ich helfe dir der ist jetzt ganz rechts oh der holt mich oh das geschützt ist ein bisschen böse ja das geschützt ist böse geht er weg boah du Hure ja ge- oh nein ich dachte ich hätte ihn gekillt wo da hat er mich geholt ich bin im Heli leu ich bin im Heli what the hell was that oh alles klar alles klar alles klar oh was los da hat mich einer angerannt also ich komm wieder links ja jo ich bin rechts oha epic was denn wie kannst du nur rechts 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 also ich sehe noch kein gegner jetzt weiter oh Gott was los wird gekillt die Sau guck mal links wieder die zwei hinterher gehen richtig gut links eigentlich oh 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 da ist einer oh oh der macht mich ganz schön fertig in dem ging es bei dir oh ja es geht oh ey wie s st Ich versuche die ganze Zeit das Geschütz zu bombardieren, damit es... weniger wird. Ja, geht er weg. Das gelingt mir ein bisschen. Achtung, Gegner bei uns. Oh, da sind zwei Gegner. Da hat er mich, oh shit. Das heißt, die spawnen da oder die? Nee. Jetzt weiß ich, welche Waffe ich mir holen wollte. Und ich hab die falsche geholt. Ich wollte am Anfang direkt ein paar wegmachen. Was aber nicht so funktioniert. Kann ich sie mir leisten? Ich könnte... Kann ich mir? Ich kann. Oh, okay. Alles klar. Okay, alles gleich. Ich bin fertig. So, ich bin mal wieder... Ich bin links bis auf links. Ja, ich bin bei dir. So, wenn wir mal pushen. Die kommen ja hier durch, aus diesem Loch hier. Ich weiß gar nicht, was... Du musst erst mal Gold ein bisschen sammeln. Und deinen Schaden hochdrehen. Lol, wo bin ich? Geh mal durch dieses Seitenloch rein. Ja, ich weiß. Wo komm ich denn da raus? Es braucht manchmal ein Boss. Äh, nicht da durch. Wieso? Komm, hier durch. Wieso komm... Wo komm ich denn da raus? Keine Ahnung. Nichts Gutes wahrscheinlich. Ja... Müssen wir mal sich mal angucken. Ich glaub bei den Gegnern. Haben mir jetzt auch die AKI-Woods gut. Ich find die viel besser. Ja. Da ist ein Gegner. Hinter dir. Wuh, shit. Wir haben ihn. Alles klar. Das war hier nicht irgendwie diese Satellitenteile da irgendwie verteidigen? Irgendwie so war das doch. Du musst Mitte. Lass uns Mitte gehen. Mitte? Okay, alles klar. Ja, da ist grad so ein Riesenboss. Die Ding. Wieder Riesenspinne, ja. Komm mal mit nach rechts. Bin unterwegs. Boah! Boah! Ich weiß nicht von wo, aber ich hab grad Harteisen mit zurückkommen. Kommst du? Ja, ich bin auch rechts. Ja, den Gegner angreifen. Hm, nicht mal getroffen. Muss zurück. Schluss. Boah! Der kommt, um mich zu holen. Boah! Hilf mir! Hilf mir! Ich bin echt gut. Boah, da hat der mich noch Gold, ey. Mit der Schrotze. Boah! Rechts und Mitte sind Gegner. Ja, ich hab ja ne Flash. Ich flash die jetzt gleich. Hab ich mir gekauft. So. Hä? Muss ich jetzt mal jede Runde neu kaufen? Okay. Alles klar. Höh? Aus der Flash wird nur die stinknormale Granate, dein Ernst? Bullshit, ey. Wir haben rechts einen Turm zerstört. Oh. Ja. Hinter uns, Gegner. Ja. Ich muss nachladen. Ich hole ihn mir. Hol ihn dir los. Hä? Stirb doch, du Sau. Ey, ich geb dir doch Headshot. Ich geb dir Headshot, ey. Der stirbt einfach nicht. Oh, stirbt der. Ich geb dem die ganze Zeit Headys, Digga. Ist voll der Cheetah. Da. 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 Links ist, äh, Geschütz fast down, ne? Das Geschütz. Ja, rechts sind sie durch. Hier, Mitte pushen. Komm mit, Mitte. Wir haben so'n super Minion. Oh, geil. Ja, jetzt sind wir gegen aufpassen, ja. Ja, ja. Den holen wir uns. Yeah. Ich hab auch so'n Mega-Teil. Ja. Oh, Leute. Was? Da, wo ich hab' genutzt gerade. was dann gehen nur ab alle strategie so ich kaufe mir jetzt mal was schönes was war dass die p90 war jedoch so gut oh gott oh gott hilfe push 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 okay gut und kann ich die p90 da ist einer boah wie viel leben der auch hat hast du den schaden kommt links durch jetzt mache ich sie alle die haben ja bei uns wirklich schon alle geschütze zerstört war links hat am meisten schaden muss man links versuchen durchzukommen naja das wird kein ding sagen glaub ich hast du mein du hast ihn geblockt den ersten strike oh scheiße geblockt meinen ersten strike digga das geht nicht um kaputt oh shit wo ist der schnell was denn das monster war grad mega schnell komm mal mit komm mal mit ich rush jetzt B und ein Boss ist jetzt da übrigens ja deswegen da wollte ich hin Achtung ok geflasht flasht flasht bringt anscheinend gar nichts was denn ich hab ja jetzt genug money wieder ich höre mir diese granate die ihm so schlause im kopf macht dass er nichts mehr kann und dann geben wir ihm handy ok also ich hab ein airstrike wieder und einmal diese granate ich bin wieder links ja die rushen rechts sind die durch rechts ok ich guck mal ob ich von hinten schaffe zu kommen oh da hat er mich da hat er mich von hinten genutzt leider oh dieses warten das dauert immer so lange epic räche mich gegen wen denn genau gegen den glaub ich egal Hauptsache du rächtst mich irgendwie die scheiß Minions sind die ganze Zeit im Weg ach von hinten wow oh da hat er dich gefickt von hinten krass French style yo alles klar alles klar ok naja oh lol was denn oh da hat er n dicker bei links links dick ganz dick oh shit da ist so ein ganz dickes Minion oh la what the fuck ja hat sich kurz aufgehangen aber mega gerade immer noch ich rat gar nichts machen ich rat gar nichts machen niger ich rat gar nichts machen niger n naja bei mir ist es ist fast Standbild ey ok einfach ganz plötzlich als das Ding kam ah jetzt gehts wieder alles klar keine ahnung keine ahnung was das war tut mir leid liebe Zuschauer ich weiß leider gar nicht was es gerade war das hab ich noch nie ah da rushed jetzt einer vor ja längst rushed auch einer von uns meine ich jetzt ja 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 dann Version fehlgeschlagen oh nein hallo ach schade falls ihr nochmal den hero modus sehen wollt schreibt sie in die kommentare ansonsten lasst es sein